Ah ja, man findet nichts, uh schnell Diamanten. Wo sind die Diamanten los? Sag es mir. Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt. Aus dieser Höhle. Aus der allgemeinen Höhle oder deine gebaute Höhle? Aus dieser Höhle. Wo schon? Ich hänge hier immer noch herum. Ich bin ja weitlaufen. Ich bin vielleicht da hoch. Ich komme zu dir. Ich bin ja weitlaufen. Ich bin doch nach unten. Mann. Ja, ich habe schon den Namen gesehen. Ich bin immer noch nicht draußen. Ich habe bei den Richtung Ausgang, habe ich mir ja gemerkt. Es muss ich nur dich finden. Versuch's. Ich weiß selbst nicht, wo ich bin. Ah, du bist. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Und kein Lamm. Du hast Diamanten übersehen. Es ist auch dunkel. Ich habe keine Fackel. Da war aber eine... Viel, ja. Hat er fast hin? Die muss ich jetzt in Sicherheit bringen. Wo steckst du denn? Ich komme zu dir runter. Runter? Bist du da oben? sind überhaupt ich bin hier irgendwo ich nämlich gerade wieder heißt und gebaut hast ja da hast du Diamanten übersehen ich hab ich jetzt ich bin erst der Diamanten gewundert er ist wahr was mach ich mir aus Diamanten und überleg ich mir jetzt gerade nur sie mir schenken als Geschenk verpacken und schenken warum sollte ich das tun äh darum daraus mach ich mir ein Schwert wehe wehe du machst dir ein Daraus ein Schwert warum du willst mich damit töten habe ich recht du musst ein Eisenschwert machen ich meine ja nur dass ein Diamantenschwert ist für die Mops die du einstellen solltest lieber wenn ich hier irgendwann rauskomme ja geh einfach ganz nach unten wo irgendwo Lava ist dann zeig ich dir den Ausgang aber ich finde es voll lustig dass jemanden übersehen hehehe vier Diamanten vier Diamanten Diamants ich sehe dich die 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 um einfach ganz 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 nach unten dort wo unser Tunnel ist ich weiß nicht wo ich habe mich verlaufen ich habe mich hier komplett verlaufen mal komme hey was machst du keine Ahnung Wollen wir hier unten ne kleine Basis machen, oder so? Was, hier unten? Spinnst du, ich verlaufe mich doch schon so. Ich weiß, wo du auskommst, aber du müsstest nur nach unten kommen. Folg einfach irgendeinen Weg, wo du nach unten geht. Immer nach unten laufen. Ja. Ja. Ich sehe ein Loch. Zur Erde. Und es regnet. Oh ja. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Und du bist da unten. Ich bin frei. Ich habe so lange da unten gesessen. So. Dann suche ich mir aber jetzt ein Holz. Ich habe Holz gehabt. Ja, hier. Und mache draus. Ähm. Ne Kiste. Und du bist irgendwo da hinten. Gefangen. Du bist gefangen da. Ja. Wo, hier unten? Ja. Wisst du. Doch. Sollte Spinn sein. Kauf zu lügen. Ich weiß, dass du gefangen bist. Warum? Also. Ich mache hier um eine schon was. Ich habe schon was zu essen. Und. Nicht nach oben. Wir haben nämlich einen. Ausgang gemacht. Hm. Hm. Sie hat die Kiste runterkommen. Wir haben einen Ausgang schon nicht gefunden. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Haben wir. FG. Was hat er gesagt? Er ist. Ge. Gay. Komm. So. Ähm. Ja. So. Keine Ahnung, was ich hier mache. Hier. paar Stickys. Auch nur ein paar. Das lege ich da rein. Und. Werk. Bench. Walk. Workbench. Bench. ich kann eigentlich irgendwie nicht die aufnahme verlassen einfach so glaube ich ja klar sagst kurz elf käme ist kurz weg spielst du eine Wahlzeit ab ja das kann ich zwar auch machen aber was ich dachte schon das noch dann baue ich weiter meine Fläche hier und du bleibst schön in der Höhle und bring mir ein paar Diamanten mit vergesst es ich bring dir gar nichts mit doch du bringst mir was mit ich erschlag dich eher mit meiner Diamant- Zack und mit meiner Diamantschaufel dann banne ich dich eher von meinem Server du bist kein netter Spieler du auch nicht so interessant so jetzt komm ich nach oben haben mit mein Weg so jetzt komm ich nach oben haben mit mein Weg ja komm du mal hoch versuch's ich merke auch schon die Hälfte der Strecke erreicht ja ja so dann dauert's noch eine Weile hast du irgendwelche Themen eigentlich? ja der Krieg soll wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren soll nämlich die Erde untergehen durch Kriege ähm weil nämlich die ganze Wirtschaft bricht dann zusammen wegen das ganze Geld halt und so die Wirtschaft bricht dann zusammen sieht man ja schon in Griechenland da bricht ja auch schon alles zusammen das ist ja ein etwas schwieriges Thema aber mhm dass da dass es wegen Geld einen Krieg gibt ja das ist eher ja eher die Wirtschaft weil ja aber Wirtschaft Geld ist dann kann man auch nichts mehr bezahlen und so dann machen dass alle äh also also tanzen alle ihre eigene Pfeife nur meinst du wohl eher dass ein Bürgerkrieg so eine Art ausbrechen könnte oder? nein Weltkrieg Weltkrieg die äh die eigenen Länder bekriegen sich selber wie die ganzen Rohstoffe ach das meinst du auch noch okay ja es ist äh schwierig zu beschreiben aber ja es könnte sein dass so etwas wirklich irgendwann passiert aber in drei Jahren nein wie hat unsere Biologie Lehrerin gesagt? mhm ja aber ich würde mal sagen dass es nicht in drei Jahren passieren könnte denn pfff Treibstoff also das normale Öl reicht eigentlich noch für wieviel Jahr nochmal? 20 oder 10 Jahre noch weiter ja deshalb könnte es noch eine Weile dauern bis wirklich die gesamte Wirtschaft ausbrechen kann aber drei Jahre ist wirklich ein kleiner Zeitraum so bin drauf bist du nicht ich sehe dich nicht ja ich bin nicht bei dir draußen in einem anderen Weg draußen und der nämlich gleich runter zur Basis führt ja 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 So, bin gleich zu Hause. Oh, doch nicht, ist ein riesengroßes Wasserbecken. Wenn ich Glück habe, bin ich jetzt in der Wüste gelandet. Wenn du Glück hast. Le brandele Wüste. Aber ich habe einen Kompass zum Glück. Ja, viel Spaß mit dem Kompass. Ja, der Kompass zeigt mir den Weg in deine Richtung. Weil du musst mir Filze geben. Ich muss dir gar nichts geben. Ich habe mit dir einen Schwitzhacker. Ist das nicht ein gutes Argument? Ja. Sehr gut. Gut, dass du hier auch verhandeln kannst. Ja, ach so, ich schicke deine Hütte. Meine Hütte ist wunderschön. So, genug. Weiß nicht. Jetzt will ich erst mal Pilze sehen. Du willst Pilze sehen. Hier ist der Stoff. Hier ist der Stoff. Ja. Und, was meinst du? Willst du mehr? Ich habe mich mal einen gekriegt. Du hast einen gekriegt. Warte, guck nach. Jetzt habe ich einen Pilze gekriegt. Einen Pilze. Hä? Ich habe es hier sogar noch zu... Seltsam. So. Und, wie findest du den Stoff? Ich habe nur einen Pilz. Kannst du ruhig noch irgendeinen geben? Ich habe mich gelogen. Lass mich schon am Anfang zu erheben. Haha. Gib mir die Spitzhacke. Sofort. Versprochene Spitzhacke. Du willst meine Waffen sehen? Wo ist er da? Ah. Yes. So. Gib mir die Spitzhacke. Warum? Nein. Deswegen. Weißt du, was ich hier eingegeben habe? Unsterblichkeit. Nein. Nein. Kraft. Lp. Dann spiele ich auch nicht mehr mit. Ah. Die gibt mir einfach die Spitzhacke. Mann. Ich habe dir die Pilze gegeben. Doch. Doch. Ich habe die Pilze gegeben. Los. Du hast die Pilze wiedergekriegt. Eu, das ist die pilz. Thank you. Hin. dann. Vielen Dank.